Peace Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Spezialvideo. Diese Woche fahre ich einige Tage ins Sportlager. Deswegen zeige ich euch in diesem Video nur ein paar Outtakes. Aber was tun bei Regen? Hier hilft ein Kehrichtsack. Ich liebe es. Ich habe nicht die Spitze der Nahrungslärte gegessen. Ich bin nicht auf die Spitze der Nahrungskette geklettert, um Gemüse zu essen. Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette gegessen. Hey, Papi, hast du auch gemacht? Teigwaren heißen Teigwaren, weil Teigwaren waren waren. Teigwaren heißen Teigwaren, weil Teigwaren waren. Teigwaren waren. Teigwaren heißen Teigwaren, weil Teigwaren waren. Zwei, eins, null. Eins, null. Natürlich hat Mutter Natur auch etwas dazu beigetragen. Ein wenig... Scheiße. Einfach ein wenig... Halterein. Okay. Mutter Natur hat natürlich... Mutter... Mutter Natur hat natürlich... Augebaut Tricks parat. Einfach mit dich Ballrandtröpfchen ins Getränk. Schon habt ihr aus jedem HDS-Kind ein verdammtes, verdammtes Engelchen. Einfach mit anderen HDS-Kindern. Einfach mit anderen HDS-Kindern. Einfach mit anderen HDS-Kindern. Einfach mit anderen HDS-Kindern. Mit anderen HDS-Kindern. Schon habt ihr aus jedem hyperaktiven HDS-Kindern. Die Mutfernatur. trinken dann sind die schon dann bin ich schon am schlafen so das war meine babysitter tricks draußen